Hallo miteinander. Na, steht bald Abi an? Und ihr wisst nicht genau, was von dem ganzen Berg an Materialien ihr nun wirklich lernen sollt und vor allem wie? Dann kann euch dieses Video ein bisschen weiterhelfen. Dranbleiben! Die Zusammenstellung in diesem Video ist gedacht als Lernhilfe für die Aufgabe im Kunstabitur mit Theorie-Schwerpunkt. Das Video kann daher auch für viele mündliche Prüfungen funktionieren. Ich erkläre euch hier, was auf euch zukommt, was ihr dafür wissen und können solltet und wie ihr euch darauf vorbereiten könnt. Abituraufgaben mit theoretischem Schwerpunkt ist immer eines gemeinsam. Ihr sollt euch Bilder systematisch erschließen und die Methode, die ihr dazu anwenden sollt, ist die Bildbetrachtung. Darunter versteht man den drei Schritt aus den Hauptteilen Bildbeschreibung, Bildanalyse und Bilddeutung oder Interpretation. Der dritte Teil, also der Schlussteil der Bildbetrachtung, variiert dabei je nach Aufgabenstellung. In einer Abi-Aufgabe liegen euch gewöhnlicherweise zwei Bilder vor. So kann es dann sein, dass ihr am Ende eurer Bildbetrachtung beide Bilder auf einen bestimmten Aspekt hin miteinander vergleichen sollt. Oder aber, dass ihr beide Bilder kunst- oder kulturgeschichtlich einordnen sollt. Abgesehen davon, dass diese Aufgabe immer ein wenig variiert, ist das Grundgerüst dennoch immer das Gleiche. Und das ist es, worauf ihr euch beim Lernen und Üben konzentrieren könnt. Schauen wir uns also mal an, was genau ihr für eine Bildbetrachtung lernen müsst, also welches Fachwissen ihr mehr oder weniger auswendig lernen solltet und was ihr für eine Bildbetrachtung können, also zum Beispiel welche Methoden ihr üben müsst. Eure erste Aufgabe beginnt meist mit einer Bildbeschreibung. Darauf folgt in jedem Fall eine Erläuterung des Zusammenhangs der im Bild verwendeten Gestaltungsmittel und der Wirkung, die diese hervorrufen. Und daran anknüpfend wird von euch eine Transferleistung gefordert, etwa indem ihr zwei Bilder auf einen bestimmten Aspekt hin miteinander vergleicht oder erörtert, welches der Bilder zum Beispiel einen höheren Realitätsgehalt hat. In jedem Fall sollt ihr auf Basis eurer bisherigen Analysen über die Bedeutung eurer Bilder sprechen. Und egal welche Bilder man euch nun vorlegt, ihr könnt euch für eine gelungene Bildbetrachtung in jedem Fall richtig gut vorbereiten. Ich zeige das gerade mal an einem Beispiel. So könnte eure erste Aufgabe lauten, beschreiben sie das Gemälde, die Arnolfini-Hochzeit und seine Wirkung. Im schriftlichen Abi ist das meist noch nicht alles, sondern ihr sollt auch direkt noch den Zusammenhang zwischen Gestaltungsmitteln und Wirkung erläutern. Das ist ein ganz schöner Batzen, aber ihr könnt euch ja alleine dafür im schriftlichen Abi eineinhalb Stunden Zeit nehmen. Und dann kommt direkt der nächste Batzen. Oft sollt ihr nämlich zu einem zweiten Bild direkt das Gleiche machen. Eine mündliche Abi-Prüfung ist hier übrigens in jedem Fall etwas kürzer. Ihr sollt meist nur eines der Bilder knapp beschreiben und das andere dafür etwas genauer analysieren. Und die Deutungsaufgabe kann zum Beispiel so aussehen, dass ihr diese beiden Bilder auf ihre jeweilige Darstellung einer Paarbeziehung hin miteinander vergleichen sollt. Oder ihr sollt eventuell erörtern, welches der beiden Bilder einen höheren Grad an Inszenierung aufweist. Zu beiden Bildern findet ihr auf meinem Kanal übrigens eine ausführliche Bildbetrachtung. Schaut gerne mal rein, damit ihr am Beispiel seht, wie so etwas funktionieren kann. Und jetzt der Knackpunkt. Wenn ihr es drauf habt, eine gute und strukturierte Beschreibung zu verfassen und eine einigermaßen differenzierte Analyse der Gestaltungsmittel hinzulegen, dann könnt ihr damit schon wirklich viele Punkte für euch einfahren. Und zwar bis hierhin ganz ohne ein auswendig gelerntes Wissen zu Epochen oder Künstlerinnen und Künstlern. Ein bisschen was müsst ihr dazu allerdings lernen. Und dazu kommen wir jetzt. Für eine Bildbeschreibung braucht es keine auswendig gelernten Sachinhalte. Vom Prinzip her liegt alles, was ihr braucht, vor euch. Wichtig ist hier die Kompetenzebene, denn ihr müsst definitiv richtig hinsehen und wahrnehmen. Dazu habt ihr im Unterricht eventuell sogar mal ein paar brauchbare Übungen gemacht. Damit ihr eure Beschreibung fachlich möglichst präzise formulieren könnt, gibt es ein paar richtig brauchbare Fachbegriffe. Ein Arbeitsblatt mit diesen packe ich euch in die Videobeschreibung. Zuallererst müsst ihr möglichst konzentriert und strukturiert wahrnehmen. Und dann müsst ihr eure Wahrnehmungen möglichst präzise in Sprache übersetzen. Hierzu kann es durchaus hilfreich sein, ein paar Vokabeln zu lernen. Einige Fachbegriffe zur Beschreibung der Position von Objekten im Bild findet ihr auf dem verlinkten Arbeitsblatt. Eine zweite gute Sache ist es, ein paar Adjektive am Start zu haben, um die Wirkung des Bildes möglichst differenziert zu erfassen. Und bitte vermeidet Begriffe wie spannend, interessant, schön, ästhetisch, mysteriös. Damit kann ich auch ein 14 Tage altes Stück Brot beschreiben. Super Leistung. Was ihr außerdem können müsst, ist es, euren Text strukturiert aufzubauen. Ihr könnt eure Bildbeschreibung nach einer ganz klassischen Struktur aufbauen, die euch auch dabei hilft, nichts zu vergessen. Auch dazu gibt es ein Arbeitsblatt, das ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt ist. Ja, und das ist erstmal euer Bildbeschreibungs-Lernpaket. Bei der Bildanalyse ist das nun ein bisschen anders gelagert, denn hier gibt es einiges, was ihr sowohl auswendig lernen, als auch verstehen und erklären können solltet. Und das sind die Gestaltungsmittel. Und hier ist der wahrscheinlich beste Lerntipp ein Vokabelheft oder ein Karteikartensystem. Legt euch eine Liste an, auf der ihr erstmal alle Gestaltungsmittel notiert, die ihr braucht. Was genau ihr braucht, ergibt sich aus eurem jeweiligen Abiturerlass. Um die Gestaltungsmittel nun zu lernen, legt ihr euch am besten Karteikarten an. Auf die packt ihr dann den jeweiligen Fachbegriff und eine Erklärung, wie das Gestaltungsmittel funktioniert oder ein Bild davon, wie es aussieht. Schon allein durch das Anlegen der Liste und der Karteikarten lernt ihr das Ganze. Und falls ihr etwas nicht versteht, dann soll es da ja mittlerweile ganz spannende und interessante YouTube-Videos geben. Und was immer am besten hilft, ist, das Gestaltungsmittel selbst mal anzuwenden. Aber eigentlich solltet ihr genau das ja die letzten Semester im Kunstunterricht gemacht haben. Egal wie jetzt, bim bam bumm, Gestaltungsmittel lernen. Dass ihr die drauf habt, ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Bildanalyse. Die Gestaltungsmittel im Bild zu erkennen, ist übrigens eine Abstraktionsleistung. Und die ist nicht automatisch da. Das Wahrnehmen von Gestaltungsmitteln ist Übungssache. Es geht darum, dass ihr in eurem Bild die formalen Elemente entdeckt, aus denen es komponiert, also zusammengestellt ist. Das Anfertigen von Kompositionsskizzen kann euch dabei eine große Hilfe sein. Wie das wiederum funktioniert, erkläre ich euch in einem eigenen Video. Oben rechts findet ihr den Link. Anschauen lohnt sich. Wenn ihr nun, egal wie, die Gestaltungsmittel wahrgenommen habt, dann müsst ihr das Ganze immer noch sachrichtig und möglichst präzise versprachlichen. Und auch hier ein guter Tipp, geht in einem Dreischritt vor. Als erstes benennt ihr das Gestaltungsmittel, möglichst qua korrektem Fachbegriff. Als zweites erklärt ihr aber bitte auch noch, wo sich das Gestaltungsmittel im Bild befindet, also wie es eigentlich eingesetzt wird. Und der dritte Schritt besteht darin, dass ihr erläutert, welche Wirkung genau dieses Gestaltungsmittel nun hervorruft. All das habe ich euch nochmal auf ein Arbeitsblatt zur Bildanalyse gepackt. Ihr findet es in der Videobeschreibung. Darauf findet ihr auch nochmal ein paar Tipps für den Aufbau eurer Analyse, also für eine mögliche Strukturierung eures Textes. Ja, und das ist dann auch im Prinzip mein komplettes Lernhilfepaket für euch. Und damit ihr besser arbeiten könnt, gibt es das Ganze, wie schon gesagt, auf einzelnen Arbeitsblättern, die ihr euch über den Link in der Videobeschreibung runterladen könnt. Und wenn ihr das Ganze mal in der Anwendung sehen möchtet, dann schaut euch doch noch meine exemplarischen Bildbetrachtungen im Bereich Malerei, Fotografie oder Architektur an. Ja, und dann wünsche ich euch ein gutes Abi. Was ihr jetzt nicht habt, ist eine Liste mit Dingen zum Auswendiglernen, die ihr dann auskurzen könnt. Und natürlich solltet ihr zu den Epochen und Künstlern bzw. KünstlerInnen aus eurem Abi-Erlass ein bestimmtes Wissen haben. Aber auch da ist es lerntechnisch echt sinnvoller, wenn ihr euch das selbst zusammensucht und erarbeitet. Also ran! War das Video trotzdem für euch sinnvoll? Dann lasst gerne einen Like und ein Abo da. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal!